Wir sind in der Girling Halle St. Gallen und da trainiert es den Nazi-Nachwuchs vom Girling mit dem Nazi-Coach Martin Rios, der ja an den Olympischen Spielsbjörn Chunk Silber geholt hat, hier zusammen mit Jenny Peret. Die beiden hatten es nicht immer ganz so gut, es sind manchmal ein wenig drunter gekommen, aber das ist, glaube ich, auch ihr Erfolgsrezept. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob auch ich erfolgreich bin und wie hart er sehr mit mir ans Gericht geht. So wie wir miteinander umgehen, das sind Jenny und ich, das ist weder sie mit anderen Girlern ist gleich noch, ich mit anderen Girlern, es ist einfach, wir kennen uns so gut und eben, wir brauchen es ein wenig. Andere Teams funktionieren anders und so hat halt jedes Team seinen eigenen Weg zum Erfolg. Ich bin jetzt gespannt, ich werde es sehr gerne mal ausprobieren, darf ich es mir schon mal zeigen? Klar, wir kommen. Werden wir jetzt mal ausprobieren, wird er wästen Seeins hat steht noch mal ausprobieren, aber wie und wie wir die Leute travel ins spätestens uns im Online Fahrzeug machenbund und so karate haben. Und dann kommst mal im Vorm 就 Eco in ein paar horas oder es wird eithe. Und das ist jetzt die Sonテante als euch, was wir noch, dass wir dann sind sollte einfach auch waren und wo response notebook keen enderehen. In der tym, wie mesures was wir ratified währenddessen, Was im anderen glaub ich eher incentaaaa. Ich bin aber begebe recognise das paar, Vielen Dank. Vielen Dank.